Guten Tag, Herr Stützer. Ist ja die nächste Show. Aufgrund der Corona-Pandemie wird mir momentan leider keine Vorstellung geben. Das tut uns leid. Ja, meine Damen und Herren, nehmen Sie das Anteil, sind Sie dabei, fließen Sie an. Das muss man gesehen, das muss man ja mit erliefern. Denn fortwährend ist hier Einlass. Fortwährend ist das zu sehen. Sie brauchen hier auf keinen Anfang zu warten. Sie kommen jetzt zur richtigen Zeit. Sie kommen jetzt im richtigen Augenblick. Wenn Sie eine außergewöhnliche Show sehen wollen, eine außergewöhnliche Show miterleben wollen, dann laden wir Sie jetzt herzlich ein. Das sollte jeder gesehen, das sollte jeder miterlebt haben. Es ist eine fantastische Show. Es ist eine einmalige Sammlung verschiedener Exponate, die noch nie auf einem Volksgüßplatz gezeigt wurden. Das ist ein paar Arnte. Das ist eine komplette Direktor. Das könnte jeder sehen, das ist ein paar Achei. Das sollte jeder, das ist ein paar Minuten. Das ist eine große Ideologie.